Nun erinnern wir uns natürlich sehr gerne an das letzte Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg zurück, das 3 zu 1 am 34. Spieltag in der letzten Saison. Abschließend wollen wir natürlich auch wieder einen Tipp von dir hören. Gibt es den dritten Sieg in Folge gegen die Nürnberger? Auch in der Hinrunde haben wir gewonnen. Ja, unbedingt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl für morgen, für das Spiel und ich hoffe, dass wir das natürlich mit einem Sieg hier beenden können und ich hoffe, dass es eine gute Stimmung wird, dass wir richtig erfolgreich spielen und dann mit einem Dreier nach Hause gehen.